Hallo! Aha, wir sind schon wieder da. Ah, ihr werdet uns nicht los. Ja, leider, leider. Tut mir leid, Leute, aber... Ihr müsst ja nicht einschalten. Doch, müsst ihr also guckt euch das an. Genau, wer nicht guckt. Ja, der kriegt einen mentalen Schlag auf. Ja? Ich verspare euch weiteren Schwachsten. Was soll denn das werden? Das hier. Ach, so ein Ufgang. Ich hab mir noch gedacht, das hier in der Höhle. Ja, das ist sehr komisch. Woher erkennst du sowas eigentlich immer? Ich würde einfach immer irgendwie... Hä, denn hier ist so ein Dreierabstand, es gehe immer ein Paar rein. Was soll denn? Ich würde nämlich immer direkt gegen die Watt latschen. Und ich würde sagen, hier geht es ja gar nicht weiter. Ja, ich bin auch nicht so der Bro, der Bro-Gamer, ja. Ich bin auch kein Bruder. Ich bin auch kein Bruder. Ich bin auch kein Bruder. Nein, ich bin es nicht mit deinem Bruder Lego oder so. Nee, ich spiele gar kein Lego mehr. Ich bin einfach das weiter. Das ist fast dasselbe, ne? Sammelstoff. Ja, sag ich doch. Das ist ja auch. Das ist ja auch meine Meinung tun und so. Sein tun. Tut ja auch meine Meinung sein und so. Oh nein. Oh nein. Nein, das ist alles gut. Obsidian. Hast mal gesehen? Meine Obsidian. Na, 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 na. Man erkennt zwar fast gar nichts, aber... Nee, ist nicht komplett schwarz. Das ist alles gut so. Womit auch was abfohlen? Können wir den Netern? Das wäre eigentlich ganz gut. Aber ich finde das ist noch zu früh, um den Netern zu gehen. Wir können bisschen angehen. Das hätte irgendwie keinen Sinn. Ja, komm, zeig mal, ja. Das ist ja so stark und so. Ja? Das war ein Scherz, oder? Ja? Das war ja klar. Was? Du sagst ja schonик fondert. Ich verstehe. Camp nutritikanisch Du Du Sögel. Du Fisch. Das war also meine böse Beleidigung. Du Bauer. J �h, absolut. Bauer als Beleidigung. Da ist dasիene. Oh, das stimmt. Das ziemlicher Submusikministen. was bin ich jetzt... Was ist das, äh, bisschen süßiger. Ich probiere, ich bin dazu. Render, haha. Blender-Render. Siehste, das geht doch sogar. Darunter ist ein Stein. Darunter ist ein Stein, ja. Guck, geht doch. Das war kein Problem. Und jetzt warten wir ja eine Minute, bis wir die Obsidianen abgebaut haben. Dann sterben wir sowieso und verlieren wir wieder. Ah, toll. Wee, abgebaut. Wo viel? Wir haben jetzt einen Obsidianen, machen wir so weiter. Gold sieht auch cool aus, oder? Ich finde das echt genial. Ich finde das echt genial. Das ist geil. Schön aufpassen, nicht, dass du in den Lava fällst. Das mache ich hier alles zu. Da so ein dummer Junge wie du immer reinfällt, Alter. Ja, aber ich habe doch Shift gedrückt, Mann. Shiftiger geht's gar nicht. Du musst dir zugeben. Nein. Du musst dir gar nicht. Du musst. Ich zwinge dich dazu. Nee, ist nicht. Außer vielleicht Redstone, du musst ein bisschen tauchen gehen. Nein, du gehst jetzt einfach. Oh Gott, bist du ey. Das war ich wirklich fängig. Hey, jetzt geh hier. Oh, hier mal bitte. Damit du nicht denkst, dass da wieder eine Höhle ist oder so. Oh. Oh, naja. Der war Kold, das ist nix. Das ist nix sein tun. Ich finde, dass das nicht kann. Das, was du hast, ist nix. Erstmal sortieren. Ja. 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 Ja, so ne? Ja. 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 Es ist nix. Ja gut. Es ist nix. Ja. Ja das ist nix. Ja. Die Dunkelziffer ist wesentlich höher. Hä, verstehe ich jetzt nicht. Guck mal links, da war noch irgendwas. Man muss auch springen. Jumpstyle und so. Alter, halt die Fremde. Alter, du, 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 du. Das ist jetzt wieder gelungen. Hey, recht, du buddelt es immer weiter, ne? Ich hab's vergessen. Ja, das kann sein, dass es hier noch passiert. Du machst es wahrscheinlich bloß einfach, weil es so hübsch aussieht. Wenn du so einen Gang in die Richtung geht. Ich mach mal das in so eine Höhle. Ach so eine, wie du jetzt gerade gefunden hast, da? Ja. Ja, so eine, das ist ja cool. Und das warten, darauf warten, das von mir aufgestellt. Ach so, ja, das ist natürlich auch ne geschickte Methode. Ja, da war Eis, ich hab's gesehen. Das war Diamant, das war kein Eis. Das war, das war definitiv Diamant. Definitiv Diamant. Definitiv Diamant. Digitiv Diamant. Digitiv Diamant war das, äh... Das war Defi Mann, dir nicht. Uh? Digitiv Diamant. Digitiv Diamant. Digitiv Diamant. Digitiv Diamant. Digitiv Diamant. Ah. Und äh, was ich nochmal so anmerken möchte, wenn ich das in Kontakt habe. Wenn ich das so sage, wird wahrscheinlich schon 50 Videos aufs meine Kanal sein. Aber heute hat er eigentlich mal angefangen, ein Tutorial zu drehen. Wenn du das sagst, wird immer noch mein Abo-Video auf meinem Kanal sein. Doch, weil ich zu faul bin, das Ganze nochmal für faul aufzudrehen. Weil der erste Versuch war einfach für die Katz. Nein, für die Maus. Und für die... für beide. Erstmal zu wohnen, damit du bloß nicht wieder reinkommen, ja? Wir rennen im Kreis, ne? Ich weiß, aber jetzt noch ernst. Äh, das können wir XP wieder. XP ist es und so. Ja, ja. Oh, das bewegt sich nun sogar. Es gibt auch stille, da kriegst du XP in und du merkst, irgendwie das an der Leiste nichts passiert. Er ist dann irgendwie nach einer 5. Minute auf einmal BAM, das ist die Leiste. Wir sind schon in 29. Können wir unsere Fertigkeit noch weiter aufnehmen? Na, können wir eine neue Quest machen? Ja, gibt es ja, warte mal. Ähm... Erfolge, ne? Genau, schick, ne? Schick, schick, schick. Schön weiß. Verbucht. Das heißt, wieder voll verbucht. Ey, ich wollte es nicht. Nee, du warst es nicht. Das war eher. Ja, immer auf den R, ne? Ja. Dem, 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 dem. Da geht es noch gerade aus. Da geht es noch gerade aus. Da geht es noch in die Dings in Richtung. Da waren wir schon. Genau, Richtung anderer Höhle. Da geht es ja noch weiter in den Gang entlang, wo wir noch nicht wissen, was wir reinbauen wollen. Guck mal, da ist Lava. Da könnte was sein. Ich glaube, bei der Lava waren wir schon. Ach, da ist unsere Station, ne? Unser... Nee. Nee, unsere Station ist weiter links von uns. Dann gucken wir mal rein, was da ist das? Da waren wir damit noch nicht. Da waren wir 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 noch nicht. Ach, jetzt haben wir sogar einen Namen für sie. Blondie. Hä? Der. Meinst du das Webber oder Hint? Blondie. Da gibt es so ungefähr 50 Stück von. Wen nenne ich denn immer Blondie? Ja, mich. Wen haue ich immer auf? Mich. Nee, tust du nicht? Ach, dann ist er das. Hast du doch gar nicht gemerkt, dass ich dich nicht im Unterricht schlage? Ich fühl mich immer so mental geschlagen heute. Jetzt politiert er noch wieder. Ach, ey. What you, what you want? What you, what you want? Yo! Yo! Ich bin kein Webber, Webber, Webber! Yo! Ich bin kein Webber! Ich glaub, du musst auch mal bei so einem Let's Player Webber sein. Seidig? Yo, ich bin voller Webber! Ja, stimmt. Nee, ist gut. Einschaltbar. Vielleicht minus 3. Genau, 15 negativer auf... 15 negativer auf... 15. 5. 7. 8. 6. 9. 10. 10. 10. 7. 11. 12. 7. 11. 12. die Hände gegen die Hände und dann sind hat er unter den Lernern noch nicht auftreten das ist Prozent freut sich bei den Schieden jetzt zu ziehen Prozent die K vor dem Leben im ZDF MdM MdM L ja ich hab's nicht ohne ja das ist ein Führer Schiff mit Lüge und das ist du hast den Todesstunden Schaltung machen Zettel haben bestimmt auch die Euro die Euro die zu verdienten die 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 nun und das ist 6 7 ein Buch das war anscheinend das ist interessant so dass man machen der ist schon weg da war das gold das gold ist nicht gut weil es nicht mehr so viel das ist doch ein nein sie sind so gut und so gut die monster aus machen sie man es auch aus nach sie haben es das ist jetzt unnormal jetzt ist es ja alles besser ich würde sagen wir machen mal kurz mein Kraft wieder aus und das spinnt schon nicht so viel Achtung so jetzt mal hier mal auf Palsi jetzt mal hier auf Escape oh Gott du hast die Monster ausgemacht mann hab ich auch die Panzer nicht ja das ist natürlich die Begründung dann dafür Airportlar bitte begeben Sie sich auf die rechte Seite der wir haben Terroristenalarm unser Flughafen mit innerhalb von wenigen Minuten einem terroristischen Aachen mit der Terroranschlag zum Opferfallen bitte begeben sich alle in Ruhe in ihren Flieger die Leute mit der Flieger Nummer 384 werden in ihrem Flug leider sterben wir verabschieden uns an dieser Stelle sehr herzlich von den Passagieren vielen Dank dass sie uns allein treu geblieben sind und bis zum nächsten Mal man sieht sich in der Hölle wie weiß cool guck mal es brennt mach's weg ich hab Angst verlor aber ein bisschen wieder Monster an machen also immer wenn jetzt mal Monster dabei sind um zu töten machen wir die aus genau also ist mein Schauschlag ja komm das war aber auch unfair der hat gerutscht ja komm jetzt hier ne ich hätte ihn locker ein auf den jetzt komm schon guck mal das sieht immer cool aus wenn das so neblig ist aber nicht wenn das hier so blau ist wenn die runterfallen was hast du für eine Scheiße gemacht äh diesen blau das hab ich nicht gemacht das war auch bei Gronkh schon so ja ohne Gronkhidonki bei Gronkhidonki ist es aber nicht mehr ne der ist ja auch so intelligent hat das irgendwie weg gemacht ja du nicht dann kannst du den Nebel irgendwie ein bisschen stark eingestellt hast oder so ne wir sind wahrscheinlich schon soweit unten Love A lass die Kohle da die können wir später mal bauen wir haben also brauchen hier haben wir noch eine eine andere wo man hier erstmal rumgucken ob da noch was ist da ums Eisen ja ich hab's gesehen oder was da ja bau die zu am besten die Lava sonst springst du da doch wirklich noch rein ich kenne dich doch wie du mein Kraft spielt mich nicht du kennst mich nicht du glaubst du glaubst mich zu kennen aber das was du sagst wie lange ist die Grundschule her war nur eine Maske hm das weiß er nicht hab ich vergessen ja verdrängt ja verdrängt ja verdrängt ist das richtige Wort was laberst du vergessen verdrängt sag ich doch was laberst du vergessen hier verdrängt verdrängt verbrennt äh singt äh ist da dunkel versilbert nehm dir plötzlich ein Kriegerbuch genau wu ey hat sie einfach so nehmisch gepaunt oh eine Lavaschland äh heftig nimm das Eisen mit oder den Redstone lohnt sich gar nicht lohnt sich nicht ne hat keinen Sinn haben wir jetzt 31 bekommen also Redstone kriegen aber da brauchen wir noch mehr da brauchen wir definitiv noch mehr aha aha für die Sachen wir wollen Aufzüge bauen wir wollen äh das ist eigentlich ein Aufzug das ist einfach so ein Land er baut wahrscheinlich einfach so ein Aufzug in die Landschaft einfach so sinnlos irgendwo in Aufzug ah ein Gräbermann sprengte sich ein hä er ist abgehauen nach Amsterdam ha ha Idiot aber ich will nicht das kriegst du nicht hin ne kein Schaden macht du Idiot du bist du was hee du bist auch doof hee sei doof ne warte mal brauch das mal zu lieber sonst springst du da wieder rein ich spring da rein da unten war ja man glaub ich ne nein Eisen ja ok dann nicht Hans Morial taktisch guter Damm strategisch sehr schön überlegt Rassi ups das sieht mir aus wie Obsidien es ist nicht die Leere auch wenn es so aussieht ja sah eben so aus ne es ist Obsidian Pachow war doch die Leere schade aber wenn dann cheaten wir uns die ganzen Sachen zurück ja macht ja nichts wir haben ja wir haben ja hier mal diese lustige Liste auf Ohne welche meinst du denn nein die meine ich nicht die andere ha 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 ne ja das habe ich mir auch gerade gefragt alter bist du krank oder so Gott denn spuck mir nicht auf die Hand Entschuldigung aber äh mein mein Herz oh mein Graf mein Herz das war dir Mann nein ich wollte dich nur ein bisschen schocken das war dir Mann das war ein Creeper wo kommt der denn her der kam von hinten der ist mit der Fähre gekommen da oben ist Gold sag ich doch oben weißt du wo oben ist ja ja so ungefähr habe ich immer mal gehört du sollst mal was essen oh alter du bist so ein Fressagmann ja ich bin halt ein bisschen ja hier kommen wir da oben ist noch Redstone und denkst du da noch ja das ist wenn du dich zu Hause dann will ich hier oben jetzt erstmal sichern ganz ehrlich wenn du sie zubaust nicht ne wenn du intelligent wärst und so okay das ist jetzt paradox soll das vielleicht so richtig zu bauen dass es auch nichts durchkommt boah das war so geschickt okay es kommt auch keiner mehr rüber war naja hier kann auch keiner kommen in der Redstone mit ich kipp wasser drüber wir haben gar kein Wasser wir haben gar kein Eimer ne Skelett mann wo kommst du her von da wo wir auch her kommen von da wo wir auch her kommen von da wo wir auch her kommen du willst du ich bin du fliegen du das hat sich gerade eine Fakte anzupacken Schwer zu 16 Prozent Gott ich krieg schon wieder einen Schocker ich auch leider kannst du nicht einfach mal lass zurück anerst die Sachen oh Gott hey jetzt gehen wir gleich anerst mal zurück tun die Sachen die wir gerade äh Herzinfarkt 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 die Sachen die wir gesammelt haben tun wir gleich erstmal in die Kiste und dann kommen wir zurück und dann kommen wir zurück und sammeln weiter tun wir den gefallen her wo ist denn zu naaaa da auf wo der kam aus der Lava weh lau tschüss boom ähm hier war das da kam wir her büb 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 Schafferlott ähm hi hi steiglott ürlich guck aus gewachsen muss die das kann auch sein dass er die Wurzeln hat abgeschossen ja hier sind da habe ich noch gesagt dass die Kohle dafür später nein von hier sind wir nicht gekommen wir werden nicht zählen müssen mit so einem Korb wir haben schon wieder 17 Minuten wir hätten ein bisschen aufversagen aber ja was lasst so lehnt nicht hier kommen wir von da nee bestimmt nicht so weil wir uns an die Zeit halten wollten habe ich gesagt was denn von da gekommen sind weil wir uns an die Zeit halten wollten machen wir jetzt auf Pause